Seit 38 Jahren sind sie ein Herz und eine Seele. Reality-Traumpaar Carmen und Robert Geis. Gemeinsam gehen sie durch Höhen und Tiefen, feiern Erfolge und führen mit ihren beiden Töchtern Davina und Shania ein luxuriöses Jet-Set-Leben. Am 30. Oktober 2019 feiern Carmen und ihr Robert bereits ihre Silber-Hochzeit. Ein besonderer Anlass, dem natürlich auch eine besondere Liebeserklärung gebührt. Auf Instagram widmet Robert untypisch romantisch zu einem verschmusten Pärchenfoto eine rührende Liebeserklärung an seine Carmen. Keine denkt wie du, keine fühlt wie du, keine lacht wie du und keine liebt mich wie du. Danke für nicht nur 25 Jahre, die wir heute verheiratet sind, sondern danke auch für die 38 wunderschönen Jahre, die wir zusammen sind. Ich liebe dich. Hach, welch goldige Worte. Kennt man den 54-jährigen Unternehmer, sonst eher frech und scherzhaft gegenüber seiner Liebsten, zeigt er sich hier von einer ganz sensiblen Seite. Wie heißt es so schön? Harte Schale, weicher Kern. Und auch Carmen spart nicht an liebevollen Worten für ihren Ehemann. Du bist mein und ich bin dein. 13.148.730 Minuten niemals einsam sein. 788.929.800 Sekunden. Reines, pures Glück. 788.929.800 Sekunden. Ich will nie mehr zurück. I love you so much. Herzlichen Glückwunsch, dass du es so lange mit mir ausgehalten hast. Oder ich mit dir, deine Carmen. Da kann man nur sagen, auf die nächsten 25 Jahre.